einen wunderschönen guten tag wir sind heute auf einer farm wo quasi schon das pre halloween fest stattfindet und da ist ganz viel mit dabei von spielen barbecue und einem anderen kladderadatsch das gönnen wir uns heute mal inklusive ganz vielen geister ganz vielen geister und i'm feeling i'm feeling good what can i say except you're welcome for the tides the sun the sky hey it's okay it's okay you're welcome i'm just an ordinary demi guy hey what coconut woman says you like me coconut make very nice candy the thing is best when you feeling glamour is coconut water with a little so freunde nachdem ich jetzt die kokosnuss endlich mal verdaut habe beziehungsweise das kokosnuss wasser sind wir jetzt wieder bei unseren freunden im haus diesen party machen und wir machen uns jetzt einen entspannten grill abend das heißt es gibt gleich wieder food content at its best also bis gleich yummy 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 i got love in my tummy and i feel like i'm loving you love you such a sweet thing good enough to eat thing and it's just a what i'm gonna do you